Ja, wir gehen doch mal raus. Ich bin ja mal gespannt, wie wir stehen. Oh Mann, Hund, geh weg! Oh Mann, was hat ich denn hier gemacht? Oh nö! Was ist denn das? Dreck, Mist, Tante. Okay, das ist scheiße. So, zweiter Versuch. Diesmal auf ein Drittel von der Stufe. Aber das ist besser. Ein bisschen braun. Vorsichtig, heiß. Jetzt müssen wir hier irgendwie... Wie machen wir das denn? Richtig süßlich. Boah. Ich hab mir gerade einen Pickel aufgekatzen. Was ist? Oh. 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 Oh.